Das seh ich von hier aus ausholen mir. Das ist so meins. Benjamin! Ja! 95, ey. Alter. Wollte mich da jetzt vielleicht Spaß haben. Oh ja. Haben wir ein wenig Spaß. So. Stirb Katze. Du da auch. Bäh! Geld, Geld, Geld. Ich stehe da total drauf. Jetzt muss ich aber nochmal hin. Ich brauche noch mehr. Ich bin süchtig. Muss ich da unbedingt hoch? Nö, das kann ich auch von hier hin. Moment mal. Wo führt mich das hier hin? Ah! Praktisch! Dann gehe ich doch den Weg. Das geht doch viel besser. So, ihr zwei Bastarde. Ne. Tone. Tod und Verderben für diese dummen Katzen. Ähm. Wann bin ich da hoch? Ich hoffe doch. Ja, sehr nett. Äh, was? Was? Äh, w-w-w-w-w? Hä? Das ist aber gerade ganz merkwürdig gewesen. Muss ich da halt nochmal hin. Äh, äh. Gut, aber ich glaube... Äh, sonst brauche ich die Kraft jetzt ja nicht mehr gerade. Zumindest jetzt gerade nicht mehr. Also dieser Turm, da kann ich nicht drauf landen. Der fetzt mich einmal durch die Welt. Äh, nein! Äh, man, oh! Vor allem die Treppe hier ist auch so dumm. Musst du immer den vollen Sprung anmachen. Spyro kann ja auch nicht so... Äh, ja, doch, kann er, aber... Boah. So. Hoch mit dir. Oh, lad, Rache. Hopp. Und schmab. Und das ist auch noch ein Ei. Moe. Mo. Boah. Oh Gott, ich muss heute viel, viel trinken. Also weiß ich jetzt schon. Wie viel gibt es hier eigentlich? 400, 500, 6600. Oh mein Gott, das wird ein Spaß. Das wird ein Spes, sag ich dir. Das wird jetzt schon. Moment mal. Mo, Mo, Moment mal. Ich glaube, ich brauche die Feuerpower doch nochmal. Aber komme ich da so schnell hin? Ja doch, das ist machbar. Mo, Mo. Da ist ja noch was. Ja, da ist noch was. Dann brauche ich die Kraft halt nochmal. Man muss aber noch schneller gehen. So kann ich abkürzen. Das ist gut. So, und jetzt ein bisschen snipen. Snipe. So. So mag ich das. So mag ich es, wenn das Spiel zu mir ist. So. Komme ich da jetzt irgendwie hin? Von da zufälligerweise? Das müsste machbar sein. Nö. Wie, das Zeug ist immer doch... Pfff. Wie jetzt, das Zeug ist ein Instant-Killer. Und wie, ich habe nur noch allen Leben. Na, wir sind die Bastarde weg. Alter. Was ist das denn da unten für... Wieso seid ihr... Oh, nach dem Speicherpunkt. Da habe ich recht. Ja, Spiel. Ich habe dich auch lieb. So. Und nochmal. Hey, nicht raus aus dem Zoom-Glut. Habe ich getroffen? Ja, habe ich. Moment mal. Ah, danke. Die Edelsteine habe ich noch. Okay. Da muss man doch von da hinkommen. Das schafft man doch. Ah. Anyway. Ah. Anyway. Bastard. Miete, Katze. So. Ist ja geil. Der hat einen Speer, aber trifft mich nicht. Oder eine Lanze oder was auch immer. Ja, das ist eine Mölle. Ja, eine Mölle. Eine Mölle. Hey, Mann. Laut einer Legende lebt auf diesem Berg eine goldene Gans. Ich möchte der Erste auf der Spitze sein, um sie zu fangen. Tja, dann viel Spaß, mein Freund. Ich habe gerade sofort Spree's Ultra Super Wachstumsamen von einem Bären mit einem Sack Edelsteinen gekauft. Er sagte, sie hätten Zauberkräfte, aber nichts passiert. Du kannst welche haben, wenn du willst. Ja. Ach, das war doch... Das war die Geschichte. Eine macht sowas und die andere macht was anderes. So war das doch, ne? Ja. Genau so war das. Das ist so ein kleines Rätsel-Game. Das ist... Wenn ich das so mache, dann kommen sie wieder. Ich bohrte es aber erst einmal andersrum. Das Gute ist, die lassen sich schön da hinschmeißen. Da muss man nicht immer erst noch groß zielen oder so. Hä? Ja, dreh dich bitte. Oh. Wieso komme ich da nicht hoch? Gott, das ist ein oller Pilz. So. Na, wenigstens für 10. Das ist ja immerhin was. Das ist ja nicht... So wenig. Wieso muss das Ding eigentlich so rumjumpen? Hä? Hä? Wie? 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 Hä? Das Ding springt ja nicht mal genug. Hä? Die Dinger funktionieren ja gar nicht. Die sind ja kacke. Was ist das für ein Müllbohnenscheiß? Da geht doch. Man muss irgendwie gedrückt halten, oder? Ist das hier so eine Pissbohne? Ich soll wohin? Da hinschätze ich. Wie kommen die überhaupt hier hoch? Wie kommen diese Bohnen überhaupt hier hoch? So, hier haben wir noch eine. Da ist... Da komme ich nicht hin. Ähm... Mal hinspucken. Jetzt muss das nach unten. Jetzt muss das denn da hin. Schluck das. Nicht runter. Nicht wegspucken. Nee, nehm dit. Du sollst es nicht wegspucken. Du sollst es da... Du... Hallo, du dumm Teil. Mann. Gott. Hallo, willst du mich verarschen? Dankeschön. War das so schwer? Offenbar. Wow. Boah. Alter, ging das hoch. Wieso ist der auf einmal stärker? Das macht doch... Ah. Dodo ein paar. Oh, komm schon, Spiel. Veräppel mich nicht. Geh mir jetzt nicht auf den Sack. So, Dankeschön. Was? 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 Ich habe dieses Ei auf dem Weg hier hochgefunden. Ich glaube, eine goldene Gans hat es gelegt. Wir müssen weiter. Wir sind fast oben. Du, 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 du... Du, wieso, wie? Was? Wieso soll ich den Scheiß machen, wenn du einfach so einen Mega-Jump machen kannst? Oh, nee. Ich glaube, mir platzt gleich der Schädel. Du machst das klasse bis jetzt. Nimm doch noch zwei Samen. Ich hau dir in die Fresse. Ich hau dir in die Fresse, sonst war es so derbe, dass du selbst morgen das noch riechen wirst. Dreisam? Schluck. Hey. Okay. Obvious ist Obvious. Was? Oh, Butterk... Geh mir nicht auf den Sack spielen. Bitte. Hey. So. Gib mir die dumme Pone. Bohnen auf den Ohren. Ja, schönen Schrank auch. Eine Kommode sieht auch kacke aus. So. So. Ja, komm.